Es ist Zeit für Gruppe B im Praktikum Vererbung in Grundlagen der Informatik und Programmierung 2 im Sommersemester 2023 am Campus Buchholz der Westfälischen Hochschule. Zusammen. Jetzt das Ganze auch nochmal mit Ton, nachdem das gerade eben schiefgegangen ist. Hier also die zweite Version der Aufnahme. Wir bauen weiter das Labyrinth. Wir bewegen uns in Richtung Labyrinth-Teile, müssen aber erstmal gucken, wo wir die Daten lassen. In der Gruppe heute Morgen haben wir das zu Wege gebracht, eine Endlosschleife. Die Zeilenweise das Labyrinth einliest und wenn eine Zeile gelesen worden ist, diese Zeile zeichenweise ausgibt. Wo kommt das Labyrinth her? Das Labyrinth kommt aus so einer Textdatei. Da sind die Rauten, die Wände, die Leerzeichen, die begehbaren Felder. Und wenn wir das bauen, erstmal durch CMake füttern. Dann einmal wirklich bauen. Ja, das sollst du speichern. Dann einmal ausführen. Und da, wie gesagt, die Maze TXT reinfüttern, landen wir genau bei der Ausgabe. Noch nichts Spektakuläres passiert also. Jetzt wollen wir die einzelnen Teile, die wir bekommen, irgendwo ablegen. Und dafür brauchen wir natürlich einen Container, der das Labyrinth aufnehmen kann. Und damit er das kann, muss er zweidimensional sein. Das haben wir in GIP1 mit einem Array über Zeichenketten gemacht. Das ist dann per se ein zweidimensionales Character Array. Okay. Wir werden jetzt aber die Möglichkeiten von C++ nutzen und das Ganze mit Vektoren machen. Das auch zweidimensional. Und ich denke beim nächsten Mal dann mit einem 2D-Vektor über Labyrinth Teile. Jetzt machen wir es mit einem 2D-Vektor über Zeichen. Mehr haben wir im Moment noch nicht. Also, erstes Mal Vektor, äußere Dimension. STD-Vektor, innere Dimension. Also Vektor über einen anderen Vektor oder über andere Vektoren. Und jeder dieser inneren Vektoren nimmt einen Character auf und das Ganze ist dann mein Labyrinth. Damit das geht, brauche ich einen weiteren Include, nämlich den Vektor-Include. Ansonsten kommt der Compiler mit dem Vektor nicht klar. So, das ist mein Container. In diesen Container, diesen äußeren Container, lege ich immer dann eine neue Zeile rein, wenn ich diese tatsächlich gelesen habe. Das heißt, mein Maze bekommt mit einem Pushback einen neuen Eintrag und der ist selber ebenfalls wieder ein Vektor, diesmal aber über Zeichen. Wichtig, der äußere Container bekommt einen neuen Eintrag. Der bekommt einen neuen Eintrag, der dann ein innerer Container ist. Und das passiert, nachdem jede Zeile gelesen wurde. Wenn ich diese zusätzliche Zeile im Container angelegt habe, kann ich zeichenweise die gelesene Zeile durchgehen und dann nicht die erhaltenen Zeichen am Bildschirm ausgeben, sondern in meinem Container ablegen. Und zwar im hinteren Eintrag, im eben gerade angelegten Eintrag, in der eben angelegten Zeile in meinem Container, mit einem Pushback das aktuelle Zeichen ablegen. Das ist es. Die Ausgabe hier kann dann auch weg. Das sollte kompilieren, tut es auch und wenn ich das Labyrinth daran verfüttere, sehe ich erstmal nichts. Woran liegt das? Ganz klar, ich mache hier keine Ausgabe mehr. Dieser ganze Block ist jetzt zum Laden des Labyrinths geworden und dementsprechend brauche ich eine Schleife, die jetzt über den gesamten Container iteriert und mir dann die einzelnen Labyrinth-Teile oder Zeichen, die es ja im Moment sind, dann wieder ausgibt. Es ist ein zweidimensionaler Container, also zwei verschachtelte Schleifen. Die äußere Schleife läuft über oder liefert mir die Labyrinth-Zeile, Maze Row, aus dem Labyrinth, so rum und die innere Schleife liefert mir das entsprechende Teil aus der Zeile. Beide Schleifen wieder zu. So, was passiert jetzt für jedes Maze-Teil? Im Moment vollkommen unspektakulär. Ich gebe es aus, ist ja ein Character, kann ich also einfach so machen und wenn ich eine Zeile beendet habe, dann gebe ich einfach noch einen Zeilenwechsel aus. Gucken wir mal rein. Ja, klappt. Genau das, was ich erwarte. Ich lade das Labyrinth und gebe es dann zeilenweise und in jeder Zeile zeichenweise wieder aus. Und die eigentliche Ausgabe passiert hier. Und dann sehe ich hier genau das, was ich reingegeben habe. Okay. Das ist relativ groß geworden und um jetzt so ein bisschen Ordnung zu schaffen, gliedern wir uns das. Und zwar in eine Lesefunktion, die mir natürlich diesen zweidimensionalen Vektor zurückliefert. ReadMaze heißt die Funktion. Die legt sich dann erstmal Platz für das Labyrinth an, liest dann das Labyrinth ein und dann kann der ganze Block tatsächlich nach da oben und gibt mir anschließend das Labyrinth zurück. Dann ist die Funktion fertig. Und ich kann hier sagen, dieser zweidimensionale Vektor Maze wird initialisiert auf das Ergebnis von ReadMaze. das ist es. So, ein bisschen besser umgebrochen. So sieht es aus. Gucken wir mal, ob das immer noch das tut, was es soll. Ja, das tut es. Ist aber aufgeräumter. Gleiches Spiel können wir jetzt auch für das Print Maze machen, was hier unten ja eigentlich steht. können wir uns eigentlich auch eine Funktion anlegen. Void gibt mir nichts zurück. Print Maze, die dann eine konstante Referenz auf dieses Labyrinth übernimmt. Wird jetzt ein bisschen länglich und dann eigentlich nur diese Schleife übernimmt oder enthält. Geht auch wieder das gesamte Labyrinth durch, zweidimensional durch den Vektor, gibt mir die einzelnen Labyrinth-Teile aus und dann kann ich hier unten schreiben Print Maze und zwar das Maze. Jo. Hups. Da wollte ich hin. Einmal bauen, einmal ausführen. Funktionsumfang hat sich nicht geändert, aber die Main-Funktion ist deutlich aufgeräumter. Jetzt müsste ich mich eigentlich noch an meine eigene Konvention halten. Funktionen werden groß geschrieben. Hier haben wir Read- und Print Maze. Die haben Camel Case. Entsprechend des Google-Style-Guides. Da habe ich es her. Dann haben wir das hier und das hier. Und das sollte es immer noch tun. Wunderbar. Das ist es eigentlich. Ist noch ein klein bisschen länglich. Wir könnten noch Ja, eine Sache können wir noch machen. Wir können das hier diesen Container-Datentyp noch ein bisschen schöner schreiben. Durch eine durch ein Type-Dev oder mit neuen mit den Mitteln die C++ uns mittlerweile zur Verfügung stellt könnten wir hier den schreiben wir jetzt mal so wie es in der Standard-Bibliothek wäre könnten wir das formulieren. Kompiliert das? Ist es richtig umgeschrieben? Ja. Wir verwenden einen neuen Begriff und zwar den Begriff Maze-T und der soll dafür stehen dass wir das hier vorher da hatten. Also der soll für diesen zweidimensionalen Vektor stehen. Maze-T Datentyp für Labyrinth-Typ also ja Labyrinth-Typ und der ist eben dieser 2D-Vektor und dann können wir hier das Ganze durch ein Maze-T ersetzen und auch hier können wir das Ganze durch ein Maze-T ersetzen. Und natürlich hier an der Stelle entsteht auch ein neuer ein neues Maze vom Typ Maze-T Klappt das noch? Ja nichts tolles dran. Labyrinth geht rein Labyrinth geht raus nächstes Mal kümmern wir uns höchstwahrscheinlich darum hier unten noch ein Maze-T Nächstes Mal kümmern wir uns darum das war ja tatsächlich Labyrinth-Felder bauen aber das machen wir wie gesagt morgen mit der nächsten Gruppe. Alles klar. Dann war das Gruppe B im Praktikum 4 zum Thema Vererbung in Grundlagen der Informatik und Programmierung 2 im Sommersemester 2023 am Campus Bocholt der Westfälischen Hochschule. Danke fürs Dabeisein viel Spaß beim Nachmachen geben bis zurさ Dab bis zum nächsten Mal Dab bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal